Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man so ein Fallpavillon aufbauen und somit natürlich auch das Gartenpavillon ganz alleine zum Aufziehen richtig aufstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Aufbau funktioniert natürlich mit zwei Personen noch einmal etwas leichter, doch ich zeige das Ganze jetzt mal alleine und zuerst sollten wir auf jeden Fall mal das Fallpavillon ausgepackt an die gewünschte Stelle stellen. Danach stelle ich mich mal auf eine Seite, nehme mit der einen Hand jetzt die eine Ecke, mit der anderen Hand die zweite Ecke und jetzt geht es einfach mal darum, dass ich schaue, dass ich den einen Fuß hier hinten am besten am Boden lasse und das ganze andere aber leicht nach oben hebe und somit auch schon leicht auseinanderziehen kann. Das mache ich jetzt einfach so lange, bis mein Pavillon auch schon fast ganz offen ist. Wenn es dann alleine nicht mehr weiter geht, schaue ich, dass ich bei jeder Ecke mal dieses schwarze Bauteil hier etwas nach oben drücken kann und natürlich gleichzeitig wieder den Fuß auch nach oben hebe und dadurch kann nämlich der Pavillon jetzt auch etwas weiter aufgespannt werden. Bei mir schaut es schon gut aus, weswegen ich das Ganze noch etwas weiter nach oben hebe, so dass meine Ecke auch dementsprechend einrastet. Falls bei deinem Pavillon das Dach noch nicht dran ist, können wir das jetzt machen und dabei müssen wir nur darauf achten, dass die Klettverschlüsse nach unten zeigen, da wir das Ganze natürlich auch noch an unserem Gestänge festmachen müssen. Die Ecken habe ich überall nochmal ordentlich nach unten gezogen und jetzt können wir, wie gesagt, auch schon das Ganze ganz einfach mit diesen Klettverschlüssen an unserem Gestänge einmal befestigen. Das Dach sitzt soweit und jetzt müssen wir mal noch unsere Pfosten verlängern. Hierfür einfach mit dem Fuß unten auf dieses schwarze Plastikteil draufsteigen, dann sollte der normalerweise auch schon rausgehen. Und dass unser Gestell jetzt nicht irgendwie knicken kann, hebe ich das Ganze trotzdem sicherheitshalber noch etwas hoch und schaue, dass ich einfach meinen Fuß hier verlängere, bis es auch dementsprechend wieder einrastet. Der Pavillon steht, weswegen ich jetzt auch mal meine Plane noch bei den entsprechenden Füßen einhaken kann. Und wir haben unseren Fallpavillon auch schon richtig aufgebaut. Wenn du übrigens wissen willst, wie man das Ganze für relativ starken Wind auch ordentlich befestigen kann, egal ob auf dem Rasen oder auf der Terrasse, dann habe ich dafür natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause übrigens so ein Fallpavillon, ein Bewährungseisen, Sandsäcke oder natürlich auch solche stabilen Kabelbinder zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.